Was heißt denn eigentlich Depression? Depression heißt ja nicht, dass man tief traurig ist, sondern dass man gefühlslos ist, dass man irgendwie an nichts mehr Lust hat. Keine Freude, aber auch kein Leid. Und alles ist nur noch grau, es macht nichts mehr Sinn. Und wenn gar nichts mehr Sinn hat, hat es ja auch gar keinen Sinn mehr aufzustehen. Man bleibt also im Bett liegen, geht früher ins Bett. Man zieht sich in sein Privates zurück. Man hat ja auch gar keinen Bock mehr, mit Freunden oder Bekannten zu interagieren. Und was ist der privateste Raum, den wir haben? Das Bett. Wir legen uns früh ins Bett. Wer aber viel im Bett herumliegt, dessen Schlaf wird brüchig, weil ich dann irgendwann ja schon ausgeschlafen im Bett herumliege. Und wenn ich ausgeschlafen im Bett liege, dann liege ich wach im Bett herum. Und so sind die ersten Anzeichen einer Depression ganz oft ein richtig gestörter Schlafwachrhythmus. Dass ich früh ins Bett gehe, ganz häufig aufwache, morgens mich aber total erschlagen fühle, keinen Bock auf irgendwas habe und einfach liegen bleibe. Einer Depression liegt ganz oft eine Störung der inneren Uhr zugrunde. Unser innerer Takt ist aus dem Gleichgewicht gekommen. In einer Studie hat man vor ein paar Jahren mal gefunden, dass die Patienten in einer Klinik für depressive Menschen schneller geheilt wurden, die auf der Sonnenseite ein Bett bekommen hatten. Die, die richtig viel Tageslicht morgens bekommen haben, sind schneller, also ein, zwei, drei Tage früher aus der Klinik entlassen worden. Woran liegt das? Die Sonne ist einer der stärksten Zeitgeber für unseren Körper, um uns wieder richtig in den Takt zu bringen. Und darum ist Lichttherapie auch so effektiv. Jemand, der sich wirklich schlecht fühlt, der lustlos ist, sollte morgens aufstehen und wieder eine halbe Stunde in der Sonne spazieren gehen. Denn das Licht der Sonne ist viel stärker als jede Lampe, die ihr euch kaufen könnt als Lichttherapie. Ihr habt eure beste Lichttherapie vor der Haustür. Eine zweite spannende Entdeckung hat man mir bei den Depressiven gemacht. Sie haben viel zu viel REM-Schlaf. Das ist der Traumschlaf. Und dieser Traumschlaf, also diese REM-Schlafperioden, die treten viel früher in der Nacht auf. Normalerweise haben wir in der ersten Nachthälfte ziemlich wenig REM-Schlaf und erst in der zweiten Nachthälfte haben wir viel REM-Schlaf. Bei Depressiven tritt der REM-Schlaf viel früher auf. Und wir wissen, dass fast alle Antidepressiva, die es auf dem Markt gibt, den REM-Schlaf unterdrücken. Wahrscheinlich wirken Antidepressiva, weil sie den Schlaf verändern, weil sie den REM-Schlaf in den Hintergrund drücken, sodass wir nachts weniger davon haben und wieder auf ein normales Niveau kommen. Eine andere Therapie geht genau in die gleiche Richtung. Sehr effektiv, leider nur kurzzeitig wirksam, ist die Schlafentzugstherapie bei Depressiven. Das klingt total komisch. Warum soll denn eine durchgemachte Nacht helfen? Genau, weil sie den REM-Schlaf unterdrückt. Patienten werden gebeten, die ganze Nacht mit Spielen und Kochen zu verbringen. In der Gruppe macht man auch vielleicht eine Nachtwanderung. Und am nächsten Morgen haben viele Patienten das Gefühl, dass sie sich das erste Mal seit Langem wieder besser fühlen. Sie können sich das erste Mal wieder an einem Gesang von Vögeln erfreuen. Es ist leider nur eine kurzzeitige Therapie, weil unser Körper danach wieder in alte Muster zurückfällt. Aber das kann uns zeigen, dass es doch noch einen Sinn im Leben gibt, dass das Leben richtig Spaß machen kann. Daher den Schlaf wieder ins Gleichgewicht zu bekommen, ist eine der wichtigsten Dinge in einer Depression. Ganz wichtig, wenn ihr eine depressive Phase überwunden habt und die Schlafstörungen noch bestehen, dann ist es ganz wichtig, dass ihr euch für eure Schlafstörungen Hilfe sucht. Denn wenn die Schlafstörungen bestehen, ist das ein starker Hinweisgeber, ein starker Prädiktor darauf, dass die Depression wieder zurückkommt. Für die manisch-depressiven unter euch gibt es auch einen spannenden Zusammenhang. Manisch-depressive haben manische Phasen, wo sie sich extrem stark, durchsetzungsfähig, ja fast wie ein kleiner Gott fühlen und dann depressive Phasen, wo sie sich zurückziehen und alles keinen Sinn mehr macht. In den manischen Phasen schlafen sie ganz wenig. Sie sind wie auf Drogen, wie auf Kokain aufgeputscht, volle keine Power. Und in den depressiven Phasen schlafen sie ganz viel. Für solche Menschen, auf regelmäßigen, guten Schlaf zu achten, kann dazu führen, dass diese depressiven, manischen Phasen schwächer werden und dass sie seltener auftreten. Guter Schlaf bedeutet auch eine gute, ausgeglichene Psyche. Die Sonne ist das absolut Wichtigste. Da solltet ihr morgens wirklich darauf achten, geht eine halbe Stunde morgens spazieren. Das ist die beste Medizin, die ihr haben könnt. Weitere Tipps, weitere Informationen findet ihr im Buch und Tipps zum Einschlafen, wie das da besser passt, worauf ihr achten müsst, das findet ihr im nächsten Video.